Was ist das erste Mal im Fußball? Ja, dass es nicht das erste Mal im Fußball so ist und ein ganz normales Spiel ist. Natürlich ist es für ihn vielleicht ein bisschen mehr Besonderes als für mich, aber genauso, dass ich ihn gerne sehen wollte. Unterhalten wir, wenn wir Zeit haben und so. Ich habe überhaupt mit ihm kein Problem gehabt und auf diesen Grund bin ich einfach ruhig. Weniger, nicht mehr. Der war mein Chef und ich war Trainer U23. U23 gehört zum Profibereich. Das war damals eine sehr wichtige und wichtige Entscheidung. Wir haben ständig zusammen unterhalten und über die taktischen Dinge geredet, über die Spieler und so weiter. Ganz normale Zusammenarbeit. Und nochmal, ich glaube, das ist so bei anderen Vereinen auch gewesen. Er ist mir völlig schnuchz. Ganz ehrlich, ich habe zum Robin ein sehr gutes Verhältnis, obwohl wir auch erst zweimal telefoniert hatten. In der Zeit, wo er jetzt nicht mehr bei uns ist. Und das ist völlig egal, wer dort ist. Bei uns geht es darum und mir geht es darum, dass wir am Sonntag hier Stuttgart schlagen und nichts anderes. Wir werden uns sicherlich freundlich begrüßen. Nicht mehr, nicht weniger. Nein. Wir. Wir. WirON Be Nicht mehr, nicht weniger. Wait.